Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Startrate beträgt hier 2000 Euro. Weil ich VIP-Status habe, kann ich nicht weniger als 500 Euro setzen. Und Maximum ist 20.000 Euro. Ich beginne mit 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich bin ein paar Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich steige ein. Und noch ein drittes Mal. Ich steige ein. Und noch zehn Sekunden. Wenn du dich für meine Strategie interessierst und diese erlernen möchtest, kannst du noch bis 31.12. Nicht um einen Platz bewerben. Nächstes Haus ist da nicht mehr möglich. Bis zum nächsten Mal. Adios.